Musik Also ich denke, dass kleine Parteien Chancen verdient haben, aber das Problem ist, denke ich mal, dass die überhaupt das Ganze mit ihren kleinen Geldern, die die haben, finanzieren müssen, um überhaupt erst mal das ganze Wahlprogramm und Ähnliches aufzustellen. Deswegen denke ich, haben die größeren Parteien immer bei uns auf jeden Fall größere Chancen und ich finde das in der EU gut, dass auch Kleine die Möglichkeit haben. Haben Sie wenigstens eine Chance? Ich finde es gut so. Ich finde es auch in Ordnung. Warum sollen die kleinen Parteien auch nicht die Chance bekommen, mitzureden, wenn große Entscheidungen getroffen wären? Warum nicht? Ich bin durchaus dafür. Fünf Prozent ist einfach eine riesenhohe Hürde. Wir sind ja mündige Bürger und können ja schon sehen, wen wir da reinhaben wollen. Wir haben ja nun mal das Recht auf alle Parteien und da muss natürlich auch die Chance bestehen, dass extreme Parteien, auch wenn man das nicht unbedingt begleiten kann, ihre Chance haben. Das ist ja nun mal das Wahlrecht und das Parteienrecht. Ja, sollte jeder die Möglichkeit haben. Warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich schwieriger wird, da eine tragfähige Mehrheit zu finden. Aber politische Arbeit besteht hier im Wesentlichen Ausdiskurs und möglicherweise findet man dann vernünftigere Kompromisse. Vielen Dank.